Dies ist der Aqua Super Komforteichreiniger 2000. Er ist absolut leicht zu handeln. Im Set inkludiert sind die Impellerpumpe, eine Teleskopstange, die Saugglocke und zwei Schläuche. Diese haben je 9 Meter Länge, einen Durchmesser von 38 Millimeter und werden mit den Schraubkupplungen an der Pumpe befestigt. Die Teleskopstange ist auf 3,60 Meter ausziehbar. Danach brauchen Sie nur noch die Saugglocke an der Teleskopstange und dem Ansaugschlauch befestigen. Einschalten und los geht's. Die Saugglocke eignet sich auch ideal zum Reinigen von Kies, da sie diesen nicht einsaugt. Mit seinen 1,5 kW schafft der Aqua Super Komforteichreiniger 2000 eine Saugleistung von 90 Litern pro Minute.